Ich bin wie ein altes Mopel, Schmerzen in den Ohren. Immer bist du uns nur gefühlt, auf den Herd gegangen. Nein, damals hast du auch nie gewandt, das kommt sehr fast aus. Jetzt kommen wir nicht schaden, wir sind auf dem Rappen und wir sind voll. Du spieltest Aserhack, auf jeden Fall uns belegend. Ich sah immer wieder Leute reiern, denn es war Ekelersiegel. Aserhack, wir riefen die Kötter zu Hüll, doch die Blinze hat nie getroffen. Deshalb haben wir uns gehalten und wir waren alle völlig verliebt. Ich schäme die Kloch. Ja, nein, klar, wir hatten Frau Schau da, das hat mich gar nicht verzeiht. Als die anderen wollten ich immer zusammenschreihen. Ich glaube, ich geh ins Wasser. Das kann man gar nicht verzeiht. Da ist mein Brot nicht dabei, da. Heut wohnst du in einem Vorgang und ein Sarfänger an der Wand. Und wenn das Ding der Winterkong wird, jetzt wird das schön verzeiht. Mach weiter! Spieltest Aserhack, auf jeden Fall in unserer Gegend, ist da immer wieder Leute reiern. Denn es war Ekelersiegel. Aserhack, wir riefen die Kötter zu Hüll, doch die Blinze haben nie getroffen. Deshalb waren wir uns besorgen und wir waren alle völlig fertig. Untertitelung des ZDF, 2020